Das Welcome hat einen großen Vorteil dadurch, dass es am Aquamagus angebunden ist. Hier gibt es die Möglichkeit zu schwimmen, in der Relaxwelt eine Pause einzulegen und sich zu erholen oder in der Sauna mal einen Saunagang mitzumachen und sich da eine Zeit lang hinzulegen. Das haben ganz wenige Fitnessstudios und ich denke, deswegen erscheinen sich gerade ganz viele Leute ins Welcome zu gehen und nicht woanders hin. Die Geräte sind erstens sehr hochmodern, dadurch aber auch relativ einfach bedienbar. Man kann sie individuell einstellen und dadurch ist es für alt und jung, für groß und klein, dick und dünn, für alle Leute einfach gemacht zu trainieren. Wenn er sich dann angemeldet hat, vereinbaren wir einen ersten Termin, den sogenannten MediCheck. Da überprüfen wir einmal die Ausdauer und die Kraft vom Kunden und fragen ihn nach seiner Gesundheit, ob er schon mal eine Operation zum Beispiel hatte, ob er Höhenangst hat oder Medikamente bestimmte einnimmt. Weil das für uns natürlich ganz wichtig zu wissen ist. Wenn wir diesen MediCheck fertig haben, dann vereinbaren wir einen zweiten Termin, die sogenannte Einweisung an die Geräte. Dann gehen wir speziell einmal durch den Milonzirkel und zeigen die anderen Geräte alle. Es ist familiär hier, also dass man Freunde trifft, Leute, die man kennt, mit denen sich hier unterhält. Dass man nicht jetzt nur hinkommt, um wirklich zu trainieren, Fitness zu machen, sondern dass man sich mal vorne hinsetzt, einen Kaffee trinkt, einen Eiweiß-Shake trinkt und sich halt ein bisschen die Zeit vertreibt hier mit seinen Freunden und den Kollegen.